Ein herzliches Grüß Gott aus der Asklepios Klinik in Lindau. Mein Name ist Carsten Läpple, ich bin der Leiter der Allgemeinchirurgie. Mein Team, das aus drei weiteren Oberärzten besteht und den Assistenzärzten der Unfallchirurgie, machen ein großes Repertoire an allgemeinchirurgischen Eingriffen. Insbesondere machen wir Gallenoperationen als laparaskopische Eingriffe oder wenn es sein muss offen. Wir machen die Darmschirurgie, Schwerpunkt ist Hernienchirurgie, sowie Portimplantationen zum Beispiel für die Chemotherapie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017